Ich bin Vincent, ich bin 18 Jahre alt und meine Motivation, um hier mitzumachen, ist zu gewinnen und meinem Traum, von der Musik zu leben, etwas näher zu kommen. Die Leute inspirieren, auch das Performen, das macht so Spass. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch später mal davon, ein Leben zu können, aber das ist ein schwerer Traum. Wenn ich beim Swiss Talent Award gewinnen würde, würde es mir sehr viel bedeuten. Es wäre ein super Jahr, wenn ich das zählt, einen Jahresvertrag zu haben. Die 10'000 würde mir, glaube ich, auch noch helfen, vielleicht ein Album noch ein bisschen auszuschmücken, meine Songs zu verbessern, vielleicht eine Band herzustellen oder so. Ein Cover sind Gefühle einer anderen Band zum Beispiel, die kann man schon nachvollziehen, aber es könnte nicht so aus meinem Herzen wie zum Beispiel einen eigenen Song performen, wie ich es heute mache. Mittag ist zum Schluss. Mittag ist zum Schluss. And the darkness will come soon Finally the sun sets And it seems like there's no fear The moonlight is coming And the night is here It's the magic of the summer nights Which makes dreams come true And the universe is far away But inside of your heart too And the night is here And the night is here And the night is here Vincent de Grossa! Wie war es? Es macht mich super Freude. Nicht alles getroffen, aber es war super. Also nicht alles getroffen, dass es die Leute gemerkt haben? Das sehen wir dann. Das Zelt – Chapito PostFinance auf Teleclub wird Ihnen präsentiert von PostFinance. Auf Deutsch – Chapito PostFinance Untertitelung des ZDF für funk, 2017